Bewegung macht Spaß und gemeinsame Bewegung macht noch mehr Spaß. Die Allahop-Anlage in Röhlsheim ist die einzige im Landkreis Germersheim und befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Streichelzoo und der Straußenfarm. Als barrierefreier Bewegungs- und Begegnungsparcours steht die Anlage allen Generationen kostenfrei zur Verfügung. Ein Highlight ist der riesige Findling von mehr als 70 Tonnen Gewicht, der eingebettet in einen Felsenmeer zum Balancieren und Klettern einlädt. Und wer seine Motorik testen möchte, kann das auf der 35 Meter langen Holzbalkenkonstruktion gleich mal ausprobieren. Ausgewählte Geräte stärken Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer und Kraft. Die BMX- und Skateranlage lässt natürlich das Herz jugendlicher Sportler höher schlagen. Allahop, jetzt kommt Bewegung rein in Röhlsheim. Ausardı-O brideet Cohen Ausgard, Bewegeben Aus encouragement Aus Aus Aus